Heyo Leute, Bardo hier. Heute spielen wir mal ein Turnier und zwar den Foot Birthday Cup. Da gibt es 15.000 Coins und einen seltenen Spieler. Ich glaube, das ist der größte Cup, den es bisher gab. Da das hier aber keine Folge aus Voto the Lord ist, muss ich nicht mit diesem Team spielen, sondern kann mit meinem A-Team spielen. Achtung! Ja, das ist mein A-Team. Hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ich habe nur Bandner auf die Bank getan. Und das war's. Das ist mein A-Team. Ich hätte echt mehr spielen sollen. Das ist unser Niveau. Das kriegen wir hin. Schaffen wir, Leute. Okay, erstes Spiel im Turnier. Los geht's. Okay, Counter. Wenn irgendeiner mal... Oh, Elia läuft. Elia, bitte. Oh! Bitte. Was? 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 Wieso? Elia, wieso? Nein! Ich hab' nicht damit gerechnet. Ich hab' einfach draufgezogen. Oh mein Gott, wie schick! Was ein Biest! Was ein Laserstrahl! Oh mein Gott! Oh! Oh, wir machen's nochmal. Wir machen's nochmal genauso. Schwöle bringt nur einen. Oh! Oh! Oh, wie süffig! Zwei Ergbälle, zwei Tore! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! 3-0! 3-0! Pam! Was? Was? Holy shit! Was ist das? Wie kann das sein? War der abgefällst? Ja, war er! Oh! Komm, rau beim Jagen. Oh mein Gott! Ist... 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 Hä? Hä? What? Leno, warum hältst du denn nicht? Ah! Aber was macht der? Hä? Hä? Was? Ich hab' nichts gedrückt! Ich hab' nichts gedrückt! Okay! Das war überraschend einfach. Noch das Viertelfinale, das Halbfinale und dann das Finale und dann haben wir geschafft. Wir machen jetzt noch das Viertelfinale. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet, so Turnier-Once. Wenn ihr das cool findet, mach' ich das vielleicht noch öfter, wenn immer ein Turnier ist. Und... Starten wir mal in die nächste Runde. Oh! Oh! Wäre er hier durchgekommen. Es wäre so gut gewesen. Es wäre so gut gewesen. Oh! Oh mein Gott! Wie viel Freiraum? Wie viel Freiraum? Oh, war mir egal. Bitte. Bitte! Oh! Jetzt! Pam! Pam! Hau da rein! Komm! Bang! Okay. Bang! Oh! Nein! 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 Warum hält er den nicht? Was soll denn das? Wieso soll man denn überhaupt mehr als nur Glück aus dem Elfmeterschießen machen, wenn man sogar in die richtige Ecke springt und der den nicht hält? Nein! Nein! Was soll das? Ist in die Mütze. Danke. Nein! Wieso? Wieso? Oh! Pace vorbei. Pace vorbei. Pam! Götze! Okay! Come on! Was? Was? Alonso was? Come on! Obamayang! Obamayang! Meine Spieler, meine Spieler sind twittarded! Die sind twittarded! W-w-w-w-w-w-w- Oh! Kunnegan! Yes! Yes! 1-1! Oh! Oh! Yes! Yes! Der Doppelschlag! Ob ich da gejuhelt hab? Kann ich das nochmal sehen in Slowmotion? Ich will die Bahn, ich will die Töne! Hä? Warum machst du denn... Schürrle? 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 3-1! 3-1! 3-1! Ganz einfach! Das war klassisch! Wie ein FIFA 13! Finetzschuss! Oh! Schön! Das war ein Geschenk vom Gegner, was ich angenommen hab! So was! Zum Beispiel! Scheiße! Oh! Nein! Das ist gut! 4-1! Awesome! Irgendwie den Ball gekriegt! Und so brauchen wir ja... Oh! Wie gut! Wieso läuft das vielleicht mal so gut? Wieso kann es nicht immer so gut laufen? Oh! Den hat er! Come on! Oh mein Gott! 5-1! Ist es siffig mit Aubameyang zu spielen vorne? Eigentlich schon, oder? Ist mir egal! 5-1! Oh! Das ist gut! Da ist es gut! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Oh! Da ist er! Da ist er! Oh! Und Aubameyang kriegt mich! Toll! Oh! Oh! 11 Meter noch! Rausgeholt! Oder ich... Mein Gegner hört mich ja! Ich schieße rechts! Wide! Top Wide! Okay! Er müsste jetzt richtig springen! Ich versuche mal so zu machen, dass er nicht halten kann! Shit! War ferne von entfernt, unerholt zu sein! Okay, das war's aber! Ich weiß gar nicht, warum wir so gut gestartet sind jetzt, aber jetzt haben wir zwei Siege, jetzt ist noch das Halbfinale, das Finale und dann haben wir dieses fucking Turnier gewonnen! Wenn ihr das sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall am Freitag um 17 Uhr rein, denn dann kommt das Video, wo wir hoffentlich den Pokal gewinnen! Ansonsten sage ich Leute, ciao! Wenn's nicht gefallen, dann lasst ein Like da! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!